in diesem video zeige ich dir wie du in kurzer zeit eine google ads kampagne erstellt und wie du eine keyword recherche durchführst alles was du dafür brauchst ist ein google ads konto und ich würde sagen wir fangen jetzt auch direkt an gibt dem video vor noch einen daumen nach oben und ich wünsche dir jetzt ganz viel spaß beim zuschauen ich befinde mich in einem google ads testkonto und eine neue google ads kampagne kannst du erstellen indem du auf der linken seite die kampagnen auswählst ich möchte dir in diesem video aber zeigen wie du den ganzen kampagnenaufbau etwas beschleunigen kannst und das funktioniert indem du oben rechts in der ecke auf die tools und einstellungen klickst und dann auf der linken seite unter der planung den keyword planner auswählst in diesem bereich kannst du keyword entdecken und suchvolumen und prognosen abrufen ich werde erst mal damit anfangen neue keyword zu entdecken deswegen klicke ich drauf und dann hast du in dem nächsten bereich die möglichkeit bestimmte keyword hinzuzufügen die zu deinem produkt oder zu deiner dienstleistung passen ich möchte zum beispiel eine google ads kampagne für ein unternehmen erstellen das hallen baut deswegen gebe ich hier als keyword halle bauen ein dann setzt du danach einfach ein komma und klickst auf die leertaste und dann wird das keyword hier auch eingetragen dann füge ich noch ein weiteres keyword hinzu zum beispiel halle bauen lassen und hallenbau kosten die keyword die du hier einträgst die sollten natürlich zu deinem produkt oder zu der dienstleistung passen die du ganz gerne über google ads bewerben möchtest aber die begriffe die du hier einträgst die können auch ein bisschen breiter sein damit du in dem nächsten schritt von google auch möglichst viele keyword ideen bekommst unter den keyword dann solltest du darauf achten dass du den richtigen standort und die richtige sprache ausgewählt hast und darunter kannst du auch noch eine webseite hinzufügen um irrelevante keyword herauszufiltern theoretisch hast du auch die möglichkeit mit einer webseite zu beginnen dann trägst du anstatt den keyword dann einfach deine landing page ein aber mit den keyword dann funktioniert das auf jeden fall besser darüber bekommst du auf jeden fall von google mehr keyword ideen angezeigt und wie das genau aussieht das zeige ich dir als nächstes deswegen klicke ich jetzt auf ergebnisse anzeigen in diesem bereich werden die ganzen keyword angezeigt ganz am anfang befinden sich die keyword die ich auch eben gerade eingegeben habe und basierend auf diesen drei keyword dann befinden sich dann darunter die ganzen keyword ideen insgesamt werden hier fast 400 verschiedene keyword ideen angezeigt und rechts neben den ganzen keyword dann findest du dann auch noch ein paar kp 1 zum beispiel wird hier das suchvolumen angezeigt die veränderung von dem suchvolumen über die letzten monate und über das letzte jahr es gibt hier noch ein paar statistiken zu den wettbewerb und was auch interessant ist das ist der cpc hier kannst du ungefähr sehen wie teuer die klickpreise für bestimmte keyword da sind die spalten kannst du auch anpassen indem du auf die spalten klickst und wenn du möchtest kannst du hier noch ein paar weitere metriken oder kpis hinzufügen auf der rechten seite hast du die möglichkeit die ganzen keyword ideen auch noch zu optimieren und dann hast du hier zum beispiel die möglichkeit einen bestimmten markenbezug hinzuzufügen oder die ganzen keyword hat zum beispiel auch zu entfernen damit deine keyword liste noch etwas genauer wird und genau das gleiche kannst du zum beispiel für materialien machen und die informationen die du hier auswählen kannst das ist wirklich komplett abhängig davon welche keyword du hier eingegeben hast deswegen kann es sein dass bei dir hier gar nichts angezeigt oder dass noch ganz viele andere sachen angezeigt werden dann findest du auf der linken seite auch noch verschiedene arbeitsbereiche zum beispiel befinden wir uns gerade in dem bereich keyword ideen darunter findest du noch die prognose hier wird natürlich noch nichts angezeigt weil ich auch noch keine keyword zugefügt habe aber das wird sich gleich ändern dann gibt es darunter noch den keyword plan hier findest du auch eine übersicht von den ganzen keyword an die du gespeichert hast das ist aktuell auch noch leer und darunter hast du auch die möglichkeit auszuschließende keyword hinzuzufügen also keyword die verhindern dass deine google ads anzeige ausgespielt wird ich gehe erst mal wieder zurück zu den keyword ideen weil ich hier ein paar keyword auswählen möchte die ich ganz gerne in meiner kampagne verwenden möchte und bevor du irgendwelche keyword hinzufügst ist es ganz wichtig dass du die kampagnenstruktur in google ads verstehst das ist wichtig weil der aufbau von deiner kampagne einen großen einfluss darauf hat wie gut der google algorithmus deine kampagne optimieren kann und dementsprechend wie erfolgreich deine google ads kampagne ist der google algorithmus vergibt die werbeplätze für bestimmte suchbegriffe in einer auktion das heißt die werbeplätze in der google suche werden versteigert dafür berechnet google einen sogenannten anzeigen rank und der besteht aus drei faktoren zum einen das gebot beziehungsweise der maximale cpc also wie viel ein werbetreibender bereit ist für einen klick zu bezahlen ein anderer faktor ist die qualität der anzeige also ob die anzeige überhaupt zu dem suchbegriff passt und wie hoch die durchklickrate ist und ein weiterer faktor ist die nutzererfahrung auf der landing page also dass der inhalt auf der landing page auch thematisch zu der suchanfrage und der google ads anzeige passt und dass die landing page auch schnell lädt das heißt du musst deine google ads kampagne so strukturieren dass du für die keyword die du ganz gerne benutzen möchtest eine möglichst relevante anzeige schalten kannst und in der anzeige eine möglichst relevante landing page benutzt die auch zu dem keyword passt und das erreichst du indem du in einer google ads kampagne mehrere anzeigen gruppen erstellt und diese anzeigen gruppen möglichst präzise nach verschiedenen keyword gruppen beziehungsweise keyword themen oder produkt variationen unterteilt ich habe zum beispiel ein hallenbau unternehmen und am anfang habe ich hier auch schon ein paar generische keywörter hinzugefügt und mein ziel ist es diese keyword beziehungsweise die ganzen keyword ideen die ich hier jetzt habe thematisch zu sortieren weil hallenbau an sich das ist schon ein sehr breiter begriff es gibt zum beispiel auch verschiedene hallentypen also zum beispiel stahlhallen oder fertighallen und um eine möglichst hohe relevanz zu schaffen würde ich jetzt versuchen für verschiedene hallentypen eine eigene anzeigen gruppe zu erstellen und damit du dir nicht jedes einzelne keyword anschauen musst kannst du auch oben rechts in der ecke auf die keyword ansicht klicken und die gruppen ansicht auswählen und dann gruppiert google deine keyword da schon automatisch nach verschiedenen themen dann kannst du dich ja ein bisschen durch klicken zum beispiel gibt es hier industriehallen pultdach hallen stahlhallen systemhallen und wenn du die keyword gruppen aufklappst dann findest du hier auch die einzelnen keywörter und dann kannst du zum beispiel eine komplette keyword gruppe auswählen oder du willst nur einzelne keyword da aus wenn zum beispiel irgendwelche keyword da nicht passen und ich möchte jetzt eine anzeigen gruppe für stahlhallen erstellen deswegen kann ich zum beispiel diese keyword gruppe auswählen du kannst auch auf steuerung f klicken und dann schreibe ich hier ein stahl und dann kann ich hier noch etwas schneller die ganzen stahlhallen keywörter mir raussuchen und zum beispiel diese keyword da noch auswählen diese keyword da und dann habe ich jetzt schon insgesamt 26 verschiedene keyword da die ich jetzt zum beispiel in eine stahlhallen anzeigen gruppe hinzufügen kann das kannst du machen indem du auf die anzeigen gruppen klickst und dann gibst du hier den namen von der anzeigen gruppe ein zum beispiel stahlhalle dann klickst du auf erstellen rechts daneben kannst du dann auch noch den match type von diesen keywörtern hinzufügen ich würde dir empfehlen immer mit genau passend anzufangen das ist einfach der match type der wirklich am präzisesten ist das bedeutet dass deine anzeigen auch nur ausgespielt werden wenn eine person nach dem keyword sucht dass du auch hinzugefügt hast beziehungsweise die suchanfrage sehr ähnlich zu dem keyword ist dass du in deiner anzeigen gruppe hast wenn du zum beispiel weitgehend passend auswählst dann ist das ganze viel viel breiter und es kann auch sein dass deine anzeige ausgespielt wird für irgendwelche suchbegriffe die gar nicht mehr relevant sind zu dem keyword das du eigentlich hinzugefügt hast deswegen wäre ich damit immer vorsichtig und gerade am anfang wenn du deine erste kampagne schaltest ist es vollkommen in ordnung wenn du erstmal nur mit genau passenden keyword dann anfängst oder du kannst auch die passende wortgruppe benutzen das ist so ein mittel ding zwischen weitgehend passend und genau passend aber wenn du mit einem kleinen budget anfängst und dass deine erste kampagne ist dann würde ich dir empfehlen dich erstmal nur auf die genau passenden keyword zu konzentrieren und wenn du die richtige keyword option ausgewählt hast dann musst du nur noch auf keywords hinzufügen klicken und dann werden diese keyword auch in dieser anzeigen gruppe hinzugefügt wichtig ist dass du auf der linken seite auch den plan ausgewählt hast theoretisch hast du auch die möglichkeit diese keyword einer bestehenden kampagne hinzuzufügen aber wenn du noch keine kampagne hast dann willst du einfach den plan aus und klickst auf keywords hinzufügen dann erstelle ich noch eine weitere anzeigen gruppe zum beispiel für die industriehallen das kann ich auch wieder in der suche eingeben damit ich die ganzen keyword hier etwas leichter finde hier gibt es noch ein paar industriehallen keyword aber ansonsten war es das deswegen ist das eine etwas kleinere anzeigen gruppe mit nur sechs keyword dann das ist aber auch vollkommen in ordnung und eine neue anzeigen gruppe kannst du wieder erstellen indem du auf den namen von der ersten anzeigen gruppe neben den plan klickst dann willst du aus anzeigen gruppe erstellen und dann schreibe ich jetzt rein industriehalle speicher das ganze ab und wähle dann wieder als keyword option genau passend aus und klicke auf keywords hinzufügen und theoretisch kannst du diesen vorgang auch wiederholen wenn ich jetzt zum beispiel noch mal die industriehallen auswähle und dann die keyword option auf passende wortgruppe ändere dann habe ich auch die möglichkeit diese keyword hinzuzufügen ich mache das ganz gerne dass ich die ganzen keyword immer doppelt hinzufügen einmal als genau passend und einmal als passende wortgruppe weil du damit dem algorithmus einfach ein bisschen mehr freiraum gibst und darüber kannst du auch neue keyword ideen finden beziehungsweise deine anzeigen werden einfach häufiger ausgespielt auch für suchanfragen die vielleicht nicht ganz genau zu deinen keyword dann passen dann klicke ich wieder auf keywords hinzufügen und dann wurden auch diese keyword mit diesem match type beziehungsweise mit dieser keyword option in der anzeigen gruppe hinzugefügt dann wechsel ich noch mal in die keyword ansicht dann kannst du auch einen filter hinzufügen und dann kannst du hier das keyword eintragen dass du ganz gerne benutzen möchtest und dann kannst du theoretisch auch über diesen weg die ganzen keyword filter filtern und in einer anzeigen gruppe hinzufügen beziehungsweise hier kannst du noch mal überprüfen ob es vielleicht irgendein keyword gibt dass du noch nicht hinzugefügt hast und das für dich auch relevant ist dann klicke ich als nächstes auf der linken seite auf die prognose und in diesem bereich hast du die möglichkeit deine kampagne etwas genauer zu definieren zum beispiel kannst du oben links den planentwurf anpassen und hier kann ich jetzt zum beispiel allen bau test kampagne reinschreiben das ganze speichern und rechts daneben kannst du dann auch noch die gebotsstrategie anpassen wenn du einen manuellen cpc benutzt dann musst du die gebote für jedes keyword einzeln anpassen wenn das deine erste kampagne ist dann würde ich das wahrscheinlich nicht machen dann kannst du einfach klicks maximieren benutzen weil damit der google algorithmus die gebote selber festlegt und dafür sorgt dass du mit deinem werbebudget möglichst viele klicks erreicht deswegen werde ich hier auch klicks maximieren auswählen das ganze übernehmen und dann kannst du darunter auch noch den standort auswählen wo deine werbung ausgespielt werden soll wenn du zum beispiel möchtest dass deine werbung nur in einer bestimmten stadt ausgespielt wird dann kannst du hier einfach den standort eingeben und deutschland als standort löschen und dann wird deine werbung auch nur in dieser region ausgespielt daneben kannst du auch noch die sprache anpassen das bezieht sich immer auf die browser einstellungen von einem nutzer und wenn deine keyword deutsch sind und du auch deutsche anzeigen hast dann schade ist auf jeden fall nicht hier deutsch auszuwählen damit du auch die qualität von deinem traffic ein bisschen erhöhen kannst oben rechts in der ecke kannst du deine kampagne veröffentlichen indem du einfach auf kampagne erstellen klickst aber soweit sind wir noch nicht vorher möchte ich dir noch ein paar weitere einstellungen zeigen zum beispiel gibt es hier ein prognose tool und mit diesem prognose tool kannst du sehen wie viel traffic du mit welchem budget bekommst das ist natürlich nur ein schätzwert ich würde mich darauf auch nicht zu sehr verlassen aber es kann auf jeden fall dabei helfen so ein ungefähres gefühl zu bekommen was du mit einem budget eigentlich erreichen kannst zum beispiel kann ich mit einem tagesbudget von 10 euro ungefähr 200 klicks erzielen und die gesamtkosten dafür betragen 280 euro dieses tagesbudget das kannst du auch ändern indem du hier drauf klickst zum beispiel kann ich hier auch 50 euro eintragen und dann ändert sich hier direkt die anzahl der klicks und auch das gesamtbudget darunter findest du auch noch ein paar metriken zum beispiel die klicks die impressionen die kosten die cta und der durchschnittliche cpc und du hast sogar die möglichkeit conversion messwerte hinzuzufügen dafür musst du aber natürlich auch das conversion tracking einrichten bzw du musst ungefähr wissen wie hoch deine conversion rate ist damit du dich auch hier auf die daten einigermaßen verlassen kannst das prognose tool kannst du auch wieder einklappen und wieder ausklappen und dann kannst du dir auch hier verschiedene metriken anzeigen lassen zum beispiel die impressionen oder die kosten und dann kannst du auch hier auf irgendeinen bereich mit der linken maustaste klicken und dann wird das tagesbudget automatisch angepasst und dann kannst du ungefähr sehen wie hoch die gesamtkosten sind und wie viele klicks du damit erreichen kannst und wenn du ein bisschen nach unten scrollt dann findest du hier noch mal eine übersicht von allen keywordern die du gerade hinzugefügt hast oben rechts in der ecke kannst du die ansicht anpassen zum beispiel werden gerade die keyworder angezeigt du hast auch die möglichkeit die anzeigen gruppen die anzeigen zu lassen ich habe hier jetzt zwei anzeigen gruppen erstellt einmal industriehalle und einmal stahlhalle und dann kannst du hier auch sehen wie die verschiedenen anzeigen gruppen performen können theoretisch kannst du dir auch die performance für verschiedene standorte anzeigen lassen aber so wirklich interessant ist das eigentlich nicht am wichtigsten finde ich die keyworder weil du hier zum beispiel auch die möglichkeit hast die keyworder nach den kosten zu sortieren bzw nach klicks oder nach der cta und was ich immer ganz gerne mache ich schaue mir den durchschnittlichen cpc an bzw ich gucke welche keyworder den teuersten cpc haben und wenn hier zum beispiel ein keyword ist das extrem teuer ist also viele gesamtkosten verursacht aber die performance vielleicht nicht ganz gut ist weil zum beispiel die cta deutlich geringer ist als bei anderen keywordern dann hast du die möglichkeit auch das keyword auszuwählen und dieses keyword zu entfernen und darüber kannst du dann auch die performance direkt verbessern bzw dann ändert sich hier oben auch nochmal die ansicht und du kriegst ein besseres gefühl welche ergebnisse du ungefähr mit diesen keywordern und mit deiner kampagne erzielen kannst ich würde mich aber auch nicht zu sehr auf die ganzen daten hier verlassen gerade die cta die ist hier auf jeden fall deutlich zu hoch normalerweise liegt die so bei zwischen zwei drei und fünf prozent aber eine durchschnittliche cta von über 20 prozent die werde ich damit auf jeden fall nicht erreichen auch wenn das hier angezeigt wird deswegen lasse ich davon auf jeden fall nicht zu sehr verwirren wenn du später deine kampagne live schaltet und die cda viel schlechter ist als das was hier angezeigt wird ganz am ende findest du auch noch ein paar weitere insights zum beispiel die prognose für das jahr bzw wie sich die klicks über das ganze jahr verteilen daneben gibt es auch noch die geräte also wie sich die kosten klicks und impressionen auf die einzelnen geräte verteilen die geräte die kannst du natürlich auch nachträglich noch ausschalten wenn du zum beispiel nicht möchtest dass deine werbung auf dem smartphone oder auf dem tablet ausgespielt wird dann kannst du das einfach später abschalten und darunter findest du dann auch noch die standorte und kannst dann sehen wie sich die performance oder die kosten auf die einzelnen bundesländer verteilt dann gibt es auf der linken seite auch noch den keyword plan beziehungsweise die gespeicherten keyword da klicke ich als nächstes drauf und dann findest du hier auch noch mal eine übersicht von den ganzen keywordern und was hier auch noch mal interessant ist dass du zum beispiel den kontostatus die anschauen kannst und dann siehst du ob sich irgendein keyword das du ausgewählt hast vielleicht schon in deinem konto befindet oder in irgendeiner anderen kampagne befindet und dann kannst du zum beispiel solche keyword da auch nachträglich noch entfernen damit du keine duplikate in deinem konto hast dann kannst du ganz am ende auch noch auszuschließende keyword hinzufügen das sind keyword die verhindern dass deine google ads anzeige ausgespielt wird und hier kannst du zum beispiel irgendwelche materialien oder marken hinzufügen die etwas mit deinem produkt zu tun haben aber bei denen du weißt dass diese suchanfragen auf jeden fall nicht relevant sind für dein produkt oder deine dienstleistung hierfür ist es auch hilfreich noch mal die keyword ideen auf der linken seite aufzurufen und dann kannst du zum beispiel die funktion keywords optimieren benutzen und dann kannst du hier zum beispiel dir verschiedene brands angucken und vielleicht sind auch irgendwelche brands die eigentlich gar nichts mit einem produkt zu tun haben dann kannst du diese gewitter zum beispiel als negatives keyword hinzufügen oder in meinem fall sind es zum beispiel bestimmte materialien zum beispiel holz könnte ich als negatives keyword hinzufügen aber das ist wirklich abhängig davon was du für ein produkt hast oder was du für eine dienstleistung hast aber auch die negativen keyword da die kannst du nachträglich noch ergänzen sowie auch alle anderen kampagnen einstellungen ich füge jetzt holz als negatives keyword hinzu und habe vorn und hinten noch anführungszeichen gesetzt damit das keyword als passende wortgruppe hinzugefügt wird das bedeutet wenn in einer suchanfrage holz erwähnt wird dann wird meine kampagne auf jeden fall nicht ausgespielt das speichere ich dann ab und dann wird das hier auch angezeigt dann kannst du deine keyword unter der prognose auch noch mal überprüfen beziehungsweise du kannst auch irgendwelche keyword entfernen die du gar nicht drin haben möchtest zum beispiel gibt es hier ein paar keyword die alle gar kein suchvolumen haben beziehungsweise das volumen ist einfach so gering dass google für diese keyword die anzeigen wahrscheinlich gar nicht ausspielt dann kannst du diese keywords entfernen das musst du aber auch nicht machen aber darüber kannst du dann ein ganzes keyword etwas verfeinern und wenn das alles stimmt dann klickst du einfach oben rechts in der ecke auf kampagne erstellen und dann musst du deiner kampagne auch noch mal einen namen geben ich schreibe hier wieder rein hallenbau testkampagne und dann wurde hier auch automatisch das tagesbudget übernommen dass du als letztes in dem prognose tool benutzt hast ich fange erst mal mit zehn euro pro tag an und speicher das ganze ab dann findest du hier noch mal eine zusammenfassung und dann kannst du oben rechts in der ecke entweder die kampagne direkt aufrufen oder du kannst auch in dem unteren bereich noch eine anzeige erstellen weil das ist eine sache die auf jeden fall noch fehlt und die du unbedingt brauchst damit deine kampagne überhaupt startet ich klicke erst mal auf kampagne aufrufen und dann öffnet sich wieder die benutzer oberfläche die kampagne findest du auf der linken seite ganz oben und darunter findest du dann die zwei anzeigengruppen die ich gerade erstellt habe und wenn du auf die anzeigengruppe drauf klickst dann musst du rechts daneben die anzeigen und assets auswählen und dann kannst du in diesem bereich eine neue anzeige hinzufügen das funktioniert indem du auf das pluszeichen klickst und dann wählst du eine responsive suchanzeige aus und dann kannst du die landing page angeben also die seite auf die ein nutzer weitergeleitet wird wenn die person auf deine anzeige klickt und dann kannst du noch die ganzen überschriften und beschreibungen von deiner google ads anzeige hinzufügen ich werde das einmal ganz kurz machen und dann zeige ich dir noch ein paar weitere einstellungen ich habe hier jetzt alle informationen hinzugefügt ich habe die landing page angegeben ich habe in den überschriften versucht die industriehallen auch möglichst häufig zu erwähnen damit die google ads anzeige auch möglichst relevant ist für die ganzen keyword die ich hier eingebucht habe und dann habe ich auch noch versucht in weiteren überschriften so ein bisschen den mehrwert hervorzuheben und ganz am ende habe ich dann auch noch versucht zu eine gewisse dringlichkeit zu erzwingen also einen call to action hinzuzufügen das auch dabei hilft dass die anzeige eine möglichst hohe durchklickrate hat wenn du möchtest kannst du deine überschriften auch anpinnen dass du zum beispiel festlegt dass die ganzen handlungs aufforderungen immer ganz am ende von der anzeige angezeigt werden das ist dann die position 3 die ganzen features die kannst du zum beispiel an position 2 anpinnen und die ganzen überschriften mit dem keyword kannst du theoretisch auch an position 1 anpennen die anzeigen effektivität die verschlechtert sich dadurch auch wieder direkt weil google möchte nicht dass die überschriften angepinnt werden das kannst du aber machen weil manchmal sehen die anzeigen einfach ein bisschen durcheinander aus wenn man das nicht macht aber das ist wirklich komplett die überlassen wie du das ganz gerne haben möchtest dann habe ich auch noch ein paar beschreibungen hinzugefügt und ganz am ende kannst du auch noch so genannte anzeigen erweiterungen hinzufügen das sind zusätzliche informationen zu deinem unternehmen dadurch wird eine anzeige noch größer ausgespielt das schadet auf jeden fall nicht deswegen würde ich dir empfehlen das auch unbedingt hinzuzufügen zum beispiel gibt es hier sitelinks ein sitelink das ist zum beispiel eine unterseite auf deiner webseite zum beispiel kannst du deine kontaktseite hinzufügen dann musst du hier auch noch die url von deiner kontaktseite angeben und dann kannst du auch noch eine kurze beschreibung hinzufügen und insgesamt kannst du das für vier verschiedene unterseiten machen zum beispiel kannst du auch ein ähnliches produkt von deiner seite hier hinzufügen du kannst testimonials hinzufügen oder irgendwelche case studies also irgendwelche informationen die für deinen potenziellen kunden auch in interessant sind und relevant sind und das hilft dir auch wieder dabei dass deine durchklickrate möglichst hoch ist und es gibt noch ganz viele weitere anzeigen erweiterungen zum beispiel kannst du auch einen gutschein code hinzufügen du kannst den preis für bestimmte produkte hinzufügen du kannst eine telefonnummer hinzufügen du kannst call outs hinzufügen das sind ein paar kurze sätze in denen du zum beispiel deine features noch mal hervorheben kannst dann gibt es auch noch snippet erweiterungen hier könnte ich zum beispiel die verschiedenen hallentypen angeben die ich anbiete und dann gibt es auch noch ein lied formular und eine erweiterung hier würde ich dir empfehlen dass du dir einfach mal in ruhe durch klickst und dass du hier alle informationen hinzufügen die für dich relevant sein können weil das deine anzeige wirklich noch mal deutlich verbessert und google wird eine anzeige dann auch deutlich häufiger ausspielen wenn das alles passt dann kannst du die anzeige speichern und dann taucht deine anzeige hier direkt auf die wird aktuell noch überprüft das dauert ein paar minuten und sobald der status auf aktiv ist wird deine werbung auch ausgespielt genau das gleiche muss ich auch noch für die stahlhallen anzeigen gruppe machen da ist auch noch keine anzeige vorhanden deswegen muss ich dir auch noch erstellen und wenn du deine kampagne nachträglich bearbeiten möchtest dann willst du einfach die kampagne aus dann kannst du zum beispiel in die einstellungen reingehen und dann kannst du hier noch alle einstellungen nachträglich anpassen zum beispiel kannst du hier den standort noch mal nachträglich anpassen du kannst das budget noch mal nachträglich anpassen wenn du es zum beispiel erhöhen möchtest oder verringern möchtest und du kannst auch die geburtstrategie nachträglich bearbeiten wenn du irgendwelche geräte ausschalten möchtest dann klickst du einfach auf der linken seite auf die geräte und dann kannst du hier zum beispiel die smartphones komplett abschalten indem du auf die geburt anpassungen gehst dann wählst du aus senken und schreibst hier rein 100 prozent speichert das ganze und dann bedeutet es dass deine werbung nicht auf dem smartphone ausgespielt wird sondern nur auf dem computer und auf den tablets und das war einfach mal ein schnell durchlauf wie du wirklich in kurzer zeit eine keyword recherche machen kannst und im anschluss direkt deine kampagne live schalten kannst wenn du mehr über google ads lernen möchtest dann findest du auf meinem youtube kanal auch eine sehr detaillierte schritt für schritt anleitung da zeige ich dir auch wie du das ganze conversion tracking einrichtest und wie du die performance auswerten kannst und deine kampagne auch optimieren kannst deswegen schau gerne mal auf meinem youtube kanal vorbei wenn du mehr über online marketing lernen möchtest